Also viele wissen es nicht, aber es gibt seit einiger Zeit einen Knopf, der funktioniert für solche Dinge wie diese Kiste, wo so ein Zahnrad ist. Eine Flagge in WSG zum Beispiel, Flagge in der Radibecken, Angeln geht zum Beispiel auch. Wenn du eine Angel auswirfst, kannst du auch mit diesem Knopf die Angel betätigen, ohne deine Maus drüber zu machen. Das brauchst du nicht. Oder halt solche Dinge wie hier oder Quest-Items einsammeln. Durchwende und zwar geht ihr auf Steuerung und dann geht ihr auf Interaktionstaste aktivieren. Wissen viele nicht. Klickt ihr drauf und dann belegt ihr das Ding mit irgendwas. Und jetzt seid ihr neben so einer Kiste und meine Maus ist hier oben und ihr drückt die Taste und dann macht die Kiste auf. Obwohl meine Maus hier ist. Meine Maus bewegt sich, er macht die Kiste. Mit dem Tastendruck. Und das geht wie gesagt in Warsong, das geht beim Angeln, das geht für Quest-Items, wenn ihr irgendwie durch eine Wand ein Quest-Item looten wollt, geht es auch. Und damit könnt ihr wie gesagt ganz entspannt solche Dinge aufmachen. Also das wissen viele nicht, aber der bringt extrem viel. Quality of Life ist Teil.